Moin Spark und Moin Jungs, 80s back. Ich habe heute eine kleine Bauidee, die ich mit euch teilen möchte, für das neue Sky Attack Minecraft Projekt von den ganzen großen YouTubern. Spark of Phoenix hat in seiner ersten Folge von dem Projekt gesagt, dass er überlegt, was er für eine Base bauen soll und dabei ist das Wort Raumschiff gefallen. Und diese Idee fand ich direkt so gut, dass ich gedacht habe, ich baue dazu einfach mal was und das zeige ich euch heute. Und Spark, wenn es dir gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du es so ungefähr nachbaust oder adaptierst, je nachdem. Bevor es losgeht, wenn euch das Ganze gefällt, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, das hilft mir mit dem Algorithmus. Und außerdem abonniert sehr gerne meinen Kanal für mehr solcher Videos. Als allererstes habe ich angefangen, die erste Grundform vom Hauptgebäude zu machen. Dafür habe ich einen großen Kreis gezogen, habe die Wände drei hochgezogen mit Fenstern verseht, dann ein Dach drauf gemacht und in der Mitte eine Lücke gelassen, damit ich anschließend einen Turm nach oben bauen kann zur Wohnplattform. Dann habe ich noch Fenster in die Seiten gemacht und habe angefangen, oben die Wohnplattform auszubauen, genauso mit demselben erst schwarz, dann grau, dann weiß und dann wieder ein schwarzes Dach drauf. Anschließend habe ich noch Fenster oben ins Dach gemacht und Licht, damit es auch schön aussieht. Unten habe ich auch Licht drauf gemacht und Slaps, damit nichts spawnt. Dann habe ich angefangen, den ersten Turm zum ersten Seitengebäude zu machen. Das ist auch wieder ein kleiner Kreis. Da habe ich dann auch wieder den Boden und das Dach gezogen und auch wieder ein kleines Skylight reingesetzt. Natürlich auch noch den Boden so schön gemacht, dass er nicht einfach nur glatt ist. Dann habe ich im Hauptgebäude den Boden angefangen mit Powdered Concrete, finde ich ganz schön mit dem Muster. Und ebenso habe ich in den einzelnen Seitenarmen das auch so gemacht. Dann habe ich einen weiteren Seitenarm gemacht, dann die nächste Plattform. Diesmal hat die ein kleineres Skylight. Ich habe das so gemacht, dass jeweils zwei Skylights groß sind und zwei Skylights klein sind. Also unten und oben sind groß, links und rechts sind klein. Dann kommt das dritte. Da habe ich auch wieder das Dach drauf gemacht, wieder ein großes Skylight. Und links habe ich mir gedacht, ich könnte die Anfangsinsel doch in so ein Gebäude integrieren. Und habe dann angefangen, den Arm dahin zu bauen und auch das Gebäude. Leider hat es nicht ganz gepasst, sodass ich dann die Insel doch noch ein bisschen umarbeiten musste. Das seht ihr später nochmal. Zunächst haben wir noch oben bei der Wohnkajüte ein paar Extras eingebaut. Angefangen mit einem kleinen Wintergarten, beziehungsweise Schlafzimmer-Wintergarten. Dafür habe ich hier diese Erweiterung gebaut. Habe dann die Wand aufgerissen, habe die Scheiben hochgezogen und noch ein Dach draufgepackt. Das wird später schon mal das Schlafzimmer, das kann ich vorwegnehmen. Dann auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, irgendwie müssen wir auch in diese Raumstation reinkommen und irgendwie andocken. Dafür habe ich diese kleine Landefläche für die Elytra gemacht. Habe die dann noch ein bisschen runder gemacht. Das sieht dann schöner aus. Habe noch ein paar Lampen draufgepackt. Habe sie dann nochmal auf Glas gepackt, dass man auch wirklich nicht runterfallen kann. Und dann ging es auch schon rein. Ich habe einen Aufzug von unten nach oben gebaut, damit man nicht mit Raketen unnötig immer gegen die Decke klatschen muss. Und oben habe ich es dann mit einem Schild abgekappt, dass man hier leicht rein und raus kommen kann. Dann habe ich angefangen, das Bett zu setzen und ein bisschen einzurichten. Ein paar Bücher, eine Enderchest, ein paar Barrels, um was zu storen. Dann eine kleine Küche, Crafting Table, ein paar Schalkerchests. Habe den Boden nochmal ein bisschen schöner gemacht. Auch wieder mit so einem kleinen Muster. Dann mit den Teppichen. Dann auch hier wieder ein paar Lampen, damit es ein bisschen heimlicher aussieht. Genauso wie die neuen Azaleenbüsche. Das hier ist dann das Schlafzimmer. Da habe ich die neuen Kerzen hingepackt. Und auch unten habe ich angefangen einzurichten. Erstmal ausleuchten. Dann ein bisschen grün reinbringen. Weil sonst sieht das doch alles sehr kahl und schlicht aus. Auch wieder die Azaleenbüsche, weil ich die echt schön finde. Hier auch. Allerdings habe ich hier nochmal eine kleine Lagerecke gemacht. Und hier habe ich meine Werkecke mit Rüstung und ein Anvil und ein Smithering Table. Und Armor Stands. Dann habe ich da auch noch in die Glow Itemframes die Sachen gepackt. Als nächstes kommt der Verzauberungsabteil. Da habe ich natürlich einen Verzauberungstisch und Bücher. Dann noch ein paar Lecterns und Barrels ausgeleuchtet. Und noch ein paar Chests für überschüssige Materialien. Dann der nächste Seitenarm. Natürlich, wir sind in Skyblock. Was darf nicht fehlen? Richtig ein Kobbelgenerator. Habe ich aus Deepslate gemacht. Fand ich sah sehr schön aus. Hier auch noch ein paar Kisten, um die Sachen zu lagern. Und noch ein paar Büsche, damit es ein bisschen schöner aussieht. Im nächsten habe ich den kompletten Boden doch wieder rausgehauen. Und habe ihn komplett mit Gras ersetzt. Weil wir brauchen natürlich auch Nahrung im Weltall. Habe also dann als nächstes hier den Zaun hingesetzt. Und habe ganz viele Tiere hingepackt. Einfach unsortiert. Und ein kleines Wasserloch. Und außerdem noch ein bisschen mit Bone Meal, das verschönert. Dann habe ich angefangen, die Flure ein bisschen schöner zu machen. Mit diesen Blumenkörben. Habe dann da verschiedene Büsche und Blumen in die Blumentöpfe oder auch ohne gesetzt. Fand ich sieht ganz schön aus. Das habe ich bei den restlichen Dreien auch noch gemacht. Und jeweils dann immer mit den Trapdoors außenrum das versät. Und immer eine unterschiedliche Reihenfolge natürlich, damit es nicht monoton wird. Dann als nächstes habe ich hier noch am Wasserfall so ein bisschen Grün hinzugefügt. Finde ich sieht doch deutlich nochmal schöner aus. Und das war es auch schon mit der Inneneinrichtung. Hier nochmal alle Bereiche im Überblick. Das ist das Tiergehege. Dann kommt hier das Verzauberungsgebäude mit Lacturns, Kisten und allem was man braucht. Hier kommt der Koppelgenerator. Ganz wichtig bei Skyblock. Wir wollen natürlich der Höchste in der Rangliste sein. Hier ist dann die Anfangsinsel. Die habe ich so gelassen, wie sie ist. Einfach nur, weil ich das witzig fand. Und das war es auch schon. Dann gibt es noch oben das Schlafzimmer, beziehungsweise die privaten Quarters. Da haben wir eine Sitzecke und Küche, die Landeplan für die Elytras, ein paar Bücher und einen geilen Wintergarten-Schlafzimmer. Hier geht es raus. Und das war die Raumstation. Ich bin Aded Hart, schrägstrich AT Gaming. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen für mehr solcher Bauideen. Spark, ich hoffe dir gefällt es. Sky Attack ist super. Macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.